Ich wünsche allen einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu deiner neuen Runde. Ah, Rammeln, dabei ist die Ani, halloi Ani. So, und wir spielen Amu. Haben noch ein paar Randoms dabei und ein Gegnerteam, was aus sehr viel AD besteht. Darum nehmen wir jetzt schon mal ein bisschen Rüstung mit und ein paar Hydrakes. Den Rest sparen wir uns für Upcoming Events. Hoffentlich ist das die richtige Entscheidung. Im Gegnerteam halt wirklich viel AD mit. Und da kommt schon der erste AD-Flug an. Und da ist schon der erste AD geplatzt. Hm, schade. Ich bin auch da. Ich bin wieder alleine, ich habe halt keine Freunde, Mann. Buhkacke, schreibt sie, Morgana. Was für eine Kacke. Buhkacke. Oh je. Suchen wir uns Freunde. Suchen wir uns Freunde. Ja, weiß keiner, dass ich hier bin. So. Hi. Was? Ach, ne. Ah, das war mir ein bisschen zu... Oh, ist trotzdem verbrannt. Lol. Zum Pleiten mal die, weißt du. Lol. Okay. Bis jetzt habe ich noch nicht viel gemacht, außer im Busch rumzustehen und ein paar Creeps zu hauen. Oh, ja, nee, den kriegst du noch. Schön. Oh Mann, ich weiß jetzt schon, ich werde gefokust. Dann. Ich habe gerade sowieso nichts zu tun, du machst das ja alles hier alleine. Das Problem war, das Problem war, da war noch ein Creep dazwischen, sonst hätte ich mich an die herangezogen. Das stimmt nicht. Verdammt, Morgana. Okay, ich kann nicht alles sagen. Hey, muss man sich auch gar nicht. Normaler. So, die sollen ja Angst haben. Ja, das war wieder das, das AP-Team ist einfach, sticht das AD-Team am Anfang aus, das ist einfach so. Also wir müssen dann auch schnell Ende machen, ansonsten wären die sehr gefährlich. Ach, ne, guck. So, die sind zwei. So, die sind zwei. So, die sind zwei. So, die sind zwei. Wir haben versucht. So. Ah, falsch gespielt. Und die Mubel hier. es ist nicht ich habe kein maler mehr stelle ich fest mit entsetzen die schlimm ich hoffe ich habe mich zu beschießen blöde caitlin komm lieber her hier unter den tower damit ich hauen kann sehr schön sehr schön aber das war nice zwischen den hin und her gejumpt ist alles mal lieber ich warte mal wenn meine ulti noch aufs team wo sind ja der rest machte was war das denn jetzt können wir action machen sagst du ja warten wir mal noch die creep welle ab da kann man richtig action machen ja das läuft die haben wir gut auseinander genommen das hat gut gepasst ich habe schon wieder falsch das geht und ja 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 So, ich geh wieder in meinen Busch, da warte ich auf Freunde, ich wusste auch mal sterben, ich hab nur Schuhe. Ah, da kam der Yohasu mit seiner Flötenkack, Knarf. Oh je. Ah, die hat mich geultet. Da hat die mich extra geultet. Okay, jetzt noch ein bisschen Rüstung. Das können wir eigentlich auch mitnehmen, ne? Ja, komm. Das reicht zwar nicht ganz, aber nehmen wir mit. Ganz viele einzelne Items. Wenn wir noch ein bisschen tankiger werden, kann ich auch den Tower tanken. Müsste auch mal sterben. Ah Morgana, das muss ja nicht sein. Ja, die zieht wieder durch ohne zu sterben, sagst du. Was? Ich will ja auch mal Sachen kaufen. Ja, die sind drauf Fokusmischung. Lachhaft. Merkst du immer? Ja. Oh den, ich dachte den je, den krieg ich. Ja, der hier hat sich auf mich und Poppy glaube ich konzentriert und das war der Fehler. Also mal ein bisschen zu tanki für so ein Team. Nein. Komm, komm jetzt her. Ich hab schon wieder kein Mahler mehr. In 28 Sekunden bin ich da und hab dann Mahler für dich. 15. Passt schon, ich hab gerade ein Heilkreuz gekriegt, dann hab ich jetzt wieder ein bisschen aufgestockt. Na komm, die ein Creep mach ich kaputt. Donk. Donk. Ja gut, oder die paar Creeps mach ich kaputt. Ey, komm zurück. Siimpa. 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 Hihi, hihi. Die ist noch verbrannt. Hihi. Das geht ab. Das geht schon ab was hier abgeht. Na. Na zu spät. Ich bin auch nur der Schmiedling. Oh nein, die wollen mir Schaden machen. Amu ist schon ein ziemlich heftiger Tank. Sehr schön, Janik. Ja. Nein, juhu. So, die Creeps da, können die weiter tanken. Nein, ich bin die Tower Range. Nein, da hat mich freche Synthra zurück in die Tower Range geschubst. Na ja, gut. Soll es geben. Kann ich wieder einkaufen. Auch schön. Sonnenfeuer, oh mein. Das Ding. Noch ein bisschen was mit Rüstung. Oh ja. Oh ja, da gibt es ja noch andere schöne Rüstungsdinger. Oder je. Der ist jetzt böse, sagst du? Ja. Das war eigentlich tot. So, das dahin, das dahin. Und dann gucken wir mal, wie es hier weiter geht. Ja, geh doch auf die Caitlyn. Nein. Da bin ja. Dann gehen wir dann. Zwei. So... So. Et dann aber, also kann das nicht ganz gut retten. Ja, das... Ja, soll sie mich... Naja, vielleicht wollte sie auch Poppy treffen, also... Oder dann, vielleicht hat sie auch gedacht, dass ich weggehe, dass Poppy das abkriegt, aber das wäre auch Blödsinn, weil Poppy ist ja genauso, wenn ich so... tank, wüsste. Erstmal alle Lowlife prühen. Ihr kümmert euch im Sinn ran, das ist für dich klasse. Och, ist das bitter. Die haben ja überhaupt keine Schnitte, ey. Die haben ja überhaupt keine Schnitte gehabt, Mann. Ja. Die haben ja am Ende überhaupt gar keinen Schaden mehr gemacht. Amuhu ist echt ein Wahnsinns-Tank, ey. Ich weiß, warum ich nicht gerne gegen Amuhu als Tank spiele. Und ich weiß, warum ich ihn gerne als Tank spiele. Genau aus diesem Grund. Also die einzige, die hier... Was hätte reißen können, wäre Syndra gewesen, aber die kam nicht an mich ran, beziehungsweise die hat sich irgendwie auch nicht getraut, obwohl sie AP ist. Das war etwas... Naja. Aber an sich unsere Teams-Zusammenstellung, super. Es hat auch gut funktioniert. Der Fokus hat vor allem immer gestimmt. Wenn einer drin war, der war sofort tot. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Wenn's wieder heißt Aramel. Haut's rein. Ciao, ciao. Und von einer uralten Feste.